So, mein Mann, willkommen zu einer Runde DuaQ zusammen Paul of Inferno. Es ist extrem lustig. Wir hatten drei Typen noch drin, die sich für die absoluten Pro-Gamer gehalten haben und trotzdem nicht wirklich so viel gereilt haben. Und Paul hat auch noch richtig reingetrollt, um die zu provozieren. Also, es war richtig lustig. Also, das wissen drei Teile, by the way. Das hat Twitter so entschieden. Ich habe eine Umfrage gemacht. Also, schaut die nächsten zwei Teile auch gerne an. Bis dahin, viel Spaß. Ciao. Ah, warum denn Mirage? Lieber das Zwei und Inferno spielen? Nein, das Zwei ist nur scheiße. Geil. Aber richtig geil mit der AWP spielen. Kannst du Mirage auch mit der Aggressiv rein? Ah, Mirage, Sarge ist scheiße. Dann einigen wir uns auf Inferno. Ja. Fran spielen nur Franzosen. Was spielen nur Franzosen? Fran. Fran spielen wirklich nur schwule Kinder. Ja. Ich glaube, Valve, könnt ihr mal ein scheiß Match für uns finden, oder wollt ihr campen? Und den nur ein Stück Wind. Irgendwann später. Ich denke, er kann Pornapush abieren. Verstehe ich aber nicht. Ich hätte es noch verstanden, wenn er es wüsste, aber wenn er es denkt, man kann im Prinzip alles denken. Oh, ne, mein Bitte an. Ich finde jetzt Games-Adresse raus. Ich finde den Plan von dem Grünen gut. Hallo. Go fucking A. Okay, I go fucking A. Siehst du, so musst du einfach mit Gasting-Begnerungen umgehen. Von Solo-Matchmaking zusammen mit Paul. Was für eine Taktik? Welche Taktik? Wie welche Taktik? Ich habe eine Bombe. Ja, ich habe den Typen gekillt, der die eigentlich hatte. Guys, come back up us. We got the bomb. Wir haben hier in blue. Schreck richtig. Ich weiß, ich habe auch für einen Teammate in Deutsch. Ja, ich weiß. You fucking A. Orange. Das sind nicht durch. Ach, schade, er ist durchgekommen. 1 Onspot, 1 Breakout Es ist A Hey, you stupid, my god, for better. Ähm, äh... Alles? Hm, der hat gesagt. Folgende geistreiche Aussage. Ähm, äh... Gott. Du hast eine Revolver ausgerüstet, das spricht jetzt wirklich nicht für das... Ach, egal die Waffe. Nur 4 people don't win, you fucking idiot. Shut up, you fucking idiot! Ja. Na, ich glaub, der hat echt Lust zu sterben, irgendwie. Einfach nie. Alter! Der schießt durch... Nein! Nein, Nick! Der Typ, der das eben zu dir gesagt hat, ne? Der Typ hat einfach durch eine Steinwand geschossen, um den Gegner... Kann man aber auch durchschießen, aber... Doch. Da kann man doch nicht durchschießen. Ja. 100% nicht. Doch. Okay. So... Da kann man doch nicht... Ich hab doch schon durchgeschossen. Ich darf jetzt alleine erhalten. Ja, ich kann mal. Guys, someone like to support me, oder eh? Ja, das ist recht. Egal, der Typ ist trotzdem labben, weil er da durchgeschossen hat. Das ist richtig, ja. Ich hab Sex mit... Wait a minute, wait a minute. Paul, die sind Apps oder Sekten mit. Did you see his head? You fucking idiot! Hey, dad! Try to hit. Sag mal, dass du auch nix machen kannst, wenn du nur solche Noobs im Team hast. Wenn euch das bis hierhin gefallen hat, schaut doch sehr gerne Sonntag in den zweiten Teil von dem Video rein. Und schaut heute Dienstag und Neunerstag in meine anderen Videos rein. Die sind auch sehr lustig geworden meistens. Und dann, bis dahin. Ciao! bis dann! Bis zum nächsten Mal! Tschüss, frauen все,심